und damit moin leute herzlich willkommen zu einem neuen video wir holen uns heute die sport wie jede woche wie jede woche auch gold 1 ja dann haben wir jetzt insgesamt zehn packs die wir zusammen öffnen können und dann ist auch gut starten wir mit einem gold pack wir gucken gleich ob ich noch 75 plus habe wahrscheinlich da irgendwo noch eins die ihre sehr schön zwar jetzt nicht unbedingt den ich wollte nimmt man halt mit das geht besser das kenne ich besser ein elektrum spieler set das sind 83 plus aus über ev gut gehen geht klar ich habe wirklich was schlechteres erwartet habe der geht wirklich klar ich brauchte dann so lange zwei sechne gold spieler was kommt dadurch guita wenn euch das video übrigens gefallen sollte lasst gerne einen like da abonniert meinen kanal ich habe eine nachricht gerade bekommen abonniert gerne meinen kanal schaut euch das video von gestern an die teambewertung so auch kein walker und kein dreinachter plus was bist du soo ton habe ich ja ja richtig toll so das spieler set und ja ne was denn sonst wenn du noch untrade will schon 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 hier ist schon seltenes gold spieler pack england rv atletico tripp ja tibi wird alles verkauft j oh premium gold pack ne doch ganz toll doch alles verkaufen schnell, 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 alles hoch ne, das ist für die Zunge, was tut mir irgendwie und das kommt alles in den Verein Prime Gold Spieler Set klein ja, kann ich sagen, gleich skippen Berge ich will aber ein Berg und nicht viele Berge Mensch das das ist so ab ins 2 Spieler Pack ein seltener oder ein nicht seltener aber so und ein seltener Dennis, wow Advan, wow Grundspieler wird klein Hamdala Und jetzt Premium Goldspieler Pack Ich erwarte eigentlich gar nichts mehr Ja, jetzt nehmen wir ein 38R Plus Arias Wird natürlich auch alles auf die Liste ersetzt Ja, dann würde ich sagen Was ist das für heute damit? Schaut gerne morgen wieder in einem neuen Video vorbei Nie so lange verabschiede ich mich Tschüss Bis morgen Und ciao